Der Neuling versucht mir den Schneefreitag zu vermiesen. Nur noch kurz, Pupselchen. Ich muss nur noch für ein bisschen mehr Weihnachts-Zauber sorgen. Salve, mein Lieben Glendier. Reus, aber was Neulich ist wieder weiter mit einer neuen Verbreitung. Salve, es ist ein S-N-O-D-E-R. Die dunkle Armee, die scheint auf alle Pupfer zu sein. Ich wusste genau, wo ihr seid. Wer das genau weiß, da kann man auch gegen euch agieren. Ich mach noch weniger. Es gibt einen Nahkampf und den Fährkampf, ein bisschen Radteil. Aber es ist ein Problem, dass sich kein Zettel wieder sieht. Ich muss sich bewegen, so ein paar wenige. Ich versuche natürlich so zu agieren, dass es alles passt. Aber auf Langzeit kann ich das nicht hier nicht sprechen. Es ist cool, dass meine Eltern egal ist, wie deine Klamotten aussehen. Das hat sie dich immer im Stamm spielen lassen. Ja, das finde ich auch cool. Meine Eltern wirkt das auch ganz nicht wenig. Naja. Nein, gewohnt hat den Glück, dass du meinst auch. Aus sich selbst vielleicht. Hoppala. Schau an, das ist schön flug, wie gut das. So. Gehen wir auf unsere Feinde mal ein bisschen losstürmen. Das ist das Bessere Upgrade, dieser Top-Spring. Das ist wie gesagt. Jetzt weg mit denen. Haben sie verdient, hier habe ich auch. Ja, der ganze Abwehr. Einmal. Ich wollte keine Sauber. Da muss ich hier irgendwas. Wesicht nicht, was nicht meint. Sie geht nur die Gegner besiegen. Da macht er sehen. so jetzt kommen wir ja zack eine bombe zack zack doppel in luft alter was ist denn hier los alter heftiger sprechen wir es kommt immer noch welche nach alter wie haben wir das jetzt hier heute haben wir mehr schaden für mannachstiger viel mehr schaden so nicht nur so kam es nur die mann kampf ja ein bisschen ließ es ist so viel ausgauern aber ein schlag ich kann sich wieder aufhören und mein leben heist gehen müssen spaß scheiße drei stück raus am ende eigentlich musst du den da kaputt machen hat alles das fernkampf hat das ist eigentlich schon so gut wie drin letzten teil war es ja so du musst das einfach die stärksten attacken hast da hast du alles gewonnen ich muss halt echt gucken dass du ein bisschen ein bisschen strategie ist nur ein bisschen brauchst nicht mehr strategie das ist aber so ein bisschen die richtigen karten genommen hast dann passt das aber es jetzt mal das soviel geht noch übrig wo denn da unten da rennen sie zack so sind natürlich direkt zu treffen mit dem meisten der mitsch angebnis der ballons die angebnis der ballons angebnis der ballons abgeschossen wird gesäu hier runter was machen wir hier ein bisschen ruhe spieler 1 das hätten sie dich erwischt einfach mal aufpassen ich weiß ausgeraute er hat noch nicht mehr normal war der letzten kommt rein der letzte stelle wieder oben wieso ich bin bob alter steht er da oben wenn ich weiß der king bob ist er soll es sich bitte gerade umdrehen klinik ob ich glaube was die verdient jetzt direkt ins gesichter bei einer blöden worten trotzdem geht das ist gestoppt so was ich sehe das beute ist alles scheiße muss ich zugeben genau das soll ich haben ich hoffe du bist bereit ich hoffe ich ich hoffe ich 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 Punkt ach ich der neue schuld warum also die bade gibt das spiel zerstört jetzt dass ich werde was er gespielt okay zumal gesprungen sind da kann ich muss ich noch mal einschlagen ja scheiße und straß getrocknen sein reichigen scharzen die karte verlesen weil die wird zu gehen oder wird zu gehen wie ich mir zu ende habe zu sagen okay wir halten uns versteckt springen raus und bringt alles weg was machst du jetzt ja ich hab so gut platziert das teil dann guckt mir das jetzt her verstehe ein schlechtes image die kombination ist so krass wo es sich einsetzt können sie gar nicht gewinnt die menschen und eingefroren ich muss ja 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 kann man es ausgibt und die schnee bei der reisung ein verreiß geschlüpft gibt's doch nicht hatte 1 weiter erik erik bleibt steht erik versucht mir den schneefreitag zu vermiesen ich muss nur noch für ein bisschen mehr weihnachts zauber sorgen er hat seine mom angekackt er hat seine mom angekackt ich habe gerade richtige junge ich habe keine dinger mehr hoch scheiß halt mal auf die größe alter ich bin bei juli das weihnachts zauber jeder kennt die leute die muss betrifft ihr wissen es auch auf jeden fall das weihnachtsbüschel das weihnachtsbüschel war ganz besonders ist die weihnachtszauber das weihnachtsbüschel war ganz besonders und zack in die fresse wir haben aber schon lange auch keine Festerungskarte mehr gefunden nur den scheiss hier aber auch das weihnachtsbüschel auch nicht nur ein eimer komplett stürmt zuerst gar nicht hier kann man nicht reden so wird das alles mit narkaport fährt kaputt ist und das ganz kurz sein sagt er in die fräser bestimmt nicht dass wir neben seinem haus so kämpfen doch nicht nicht was ich habe die karte war alter ich bin auskortet ein leben genommen ja manchmal so war es gleich anrufen hier noch ganz aufer hat sagt eric das heißt nie zauberer eric ist schon wirklich diese bohren packen aber ich müsste sagen ohne eric laut die ganze zeit stirbt bisschen lang und ist wieder wachsende da in die sichtiger willst du sag also mache ich noch das heißt aber uns tut dem komisch jetzt nicht zu dass er mit drei sterben kann ich ihn keine wieder belohnen was du kannst sagen, das dauert nicht na, aber eric den reißen mit die rosette weg die folge war es kommt es kann alles echt nicht gehen, oder? scheiße Du musst ihn ausweichen. Bleib stehen! Du hast jetzt sowas von vergessen. Salve, dir gefällt mein Video? Dann lass doch ganz einfach ein Abo und ein Daumen nach oben da. Würde mich riesig darüber freuen. Was hast du gesagt? Du hast noch nicht genug von mir gesehen. Na dann, klick auf das rechte Video für eine Playlist oder auf das linke Video für ein auf dich spezialisiertes Video. Ich würde mich freuen, wenn wir uns wiedersehen. Jaui, tschaui.